Wie sollte die Gliederung einer Bachelorarbeit aussehen? Wie strukturiert man eine Masterarbeit? In diesem Video geht es darum, wie typische Forschungsarbeiten aufgebaut sind. Also Bachelor-Masterarbeiten, aber beispielsweise auch Studienprojekte im Praxissemester, bis hin zu wissenschaftlichen Artikeln in Journalen oder auch Doktorarbeiten. Aber Achtung, es gibt natürlich nicht nur einen möglichen Aufbau und verschiedene Forschungsprojekte brauchen unterschiedliche Strukturen. Ich fasse hier zusammen, was sich bei der Betreuung und Begutachtung unzähliger empirischer Arbeiten von Studierenden als eigentlich immer praktisch und hilfreich erwiesen hat. Im Zentrum einer Forschungsarbeit steht die Forschungsfrage oder das Forschungsziel. Die sollte letztlich sauber operationalisiert sein, also so, dass man sie auch sinnvoll beantworten kann und aus dem Forschungsstand abgeleitet. Meistens kann man aber nicht mit einer ganz präzisen Frage starten, sondern startet grob mit der Motivation und einer Frage, die noch etwas unsauber formuliert ist. Bietet sich auch fürs Schreiben an, dass man die Einleitung schon mal grob strukturiert und sagt, warum interessiert mich eigentlich mein Thema und wie lautet meine Forschungsfrage? Und die kann an der Stelle wirklich so grob sein, dass, wie ich gerne sage, die Oma das auch versteht. Und erst später wird es dann präziser. Wenn wir wissen, worum es geht, starten wir mit dem theoretischen Hintergrund. Dort mit Begriffsklärung, also welche Begriffe sind wichtig für die Arbeit, was muss erläutert und definiert werden und ganz wichtig auch der Forschungsstand. Was weiß man schon über den Gegenstand, den man untersuchen möchte und wo besteht vielleicht auch eine Forschungslücke? Aus dieser Forschungslücke kann dann die Forschungsfrage abgeleitet werden. Und aus der Forschungsfrage folgt dann die Methodologie. Also was für eine Stichprobe brauche ich? Muss sie repräsentativ sein oder reicht es, ein exploratives Sample zu haben? Was für Methoden brauche ich? Quantitative Methoden, die möglichst verallgemeinerbare Aussagen ermöglichen oder qualitative Methoden, mit denen man explorieren kann? Und diese drei Teile bilden dann den Kern einer solchen Forschungsarbeit. Wenn man dann seine Stichprobe gefunden, seine Daten erhoben und ausgewertet hat, folgen die Ergebnisse. Die soll natürlich möglichst sehr genau zur Forschungsfrage passen. Oft erlebt man es, dass über irgendwas geschrieben wird, was gar nicht mehr im Fokus der Forschungsfrage lag. Und bei den Ergebnissen kann man auch versuchen, möglichst wenig zu interpretieren. Also nicht sagen, die Schülerinnen und Schüler haben das nicht verstanden, sondern die Schülerinnen und Schüler zeigen bei bestimmten Aufgaben, dass sie bestimmte Rechenschritte nicht durchführen können oder Ähnliches. Die Interpretation, woran es liegt, dass Schülerinnen und Schüler bestimmte Aufgaben nicht lösen können, bestimmte Texte nicht nachvollziehen können oder Ähnliches, das erfolgt dann in der Diskussion und dabei sollte man auch immer auf den Forschungsstand rekurrieren. Also die eigenen Ergebnisse dann einordnen in das, was man vorher herausgearbeitet hat, was schon bekannt ist über den Forschungsgegenstand, an dem man arbeitet. Auch zur Diskussion gehört eine Reflexion der Grenzen der vorliegenden Studie. Was kann man noch nicht aussagen? Wie könnte Anschlussforschung aussehen? Und Ähnliches. Damit hat man dann die eigentliche Arbeit erledigt. Eingebettet wird das Ganze zum Schluss in eben eine Einleitung, die man vorher vielleicht schon geschrieben hat, aber jetzt nochmal angeht, wo man weiß, worum es genau geht, wie die Ergebnisse aussehen. Kann man die Motivation, auch die grobe Frage vielleicht schon ganz bisschen präziser formulieren und passend dazu der Schluss, wo man nochmal zusammenfasst, was man herausgefunden hat. Und hier ist ganz wichtig, dass Einleitung und Schluss, wie so eine Klammer, das ganze Forschungsprojekt umschließen. Diese Teile werden, wie gesagt, in der Regel ganz zum Schluss geschrieben oder nochmal geschrieben und oft auch als erstes gelesen, wenn man sich einen Überblick verschaffen möchte, über eine vorliegende Studie, bevor man dann genauer eintaucht in die Theorie, wie die Methodologie und die Ergebnisse. Abschließend noch ein paar Beispiele. Es gab zum Beispiel mehrere Studienprojekte im Praxissemester, in denen es um Mathematikangst ging. Das war so die grobe Frage. Ich möchte was über Mathematikangst herausfinden. Im theoretischen Hintergrund wurde dann genauer geklärt, was ist eigentlich Angst? Was hat das mit Ängstlichkeit, Unwohlsein, Abneigung zu tun? Was wissen wir schon darüber? Wie wird Angst in der Regel erhoben? Daraus kann man dann die präzise Forschungsfrage ableiten, Methoden für die eigene Studie herausfinden und damit dann Ergebnisse generieren, die man vor dem Hintergrund der Theorie wieder interpretiert. Ich möchte noch etwas genauer auf zwei eigene Studien eingehen. Das eine ist eine Studie, die im Journal für Mathematikdidaktik erschienen ist, ein Teil aus meiner Doktorarbeit. Es geht um Problembearbeitungsprozesse von Fünftklässlern. Die grobe Forschungsfrage in der Einleitung sagt, Ziel ist es, ein Phasenmodell mit deskriptiver Funktion zu entwickeln. Also wir wollen beschreiben können, wie Problembearbeitungsprozesse von Schülerinnen und Schülern aussehen. Im theoretischen Hintergrund habe ich dann unter anderem eine Menge an Phasenmodellen, die es bereits gab, analysiert. Und unter anderem mit dem Ergebnis, dass es hauptsächlich normative Modelle gibt, also Vorgaben, wie wird man besserer Problemlöser oder bessere Problemlöserin, aber ganz wenige Modelle, mit denen beschrieben werden kann, wie tatsächliche Prozesse aussehen. Entsprechend sind dann die Forschungsfragen auch ein Stück weit präziser, nachdem der Forschungsstand eben herausgearbeitet wurde. Die Methode leitet sich daraus ab. Also es ist zum Beispiel offensichtlich, dass hier keine Selbstauskünfte hilfreich sind, sondern wirkliche Problembearbeitungsprozesse von Schülerinnen und Schülern beobachtet und videografiert werden mussten, die dann ausgewertet wurden, hier mit einem Verfahren, was Erlend Schonfeld 1985 veröffentlicht hat. Und als Ergebnis ergab sich dann eben so ein deskriptives Modell, mit dem man Problembearbeitungsprozesse sinnvoll beschreiben kann. Zweites Beispiel. Eine Studie gemeinsam mit Bruno Scheer, die in Mathematica Didactica erschienen ist. Wie sehen Aufgaben aus, die während der Zeit des Corona-Lockdowns eingesetzt wurden? Ein grobes Ziel ist eine explorative Studie, in der das Potenzial von Aufgaben zur kognitiven Aktivierung untersucht wird. Und zwar Aufgaben, die eben während des Lockdowns an Schülerinnen und Schülern weitergegeben wurden, ohne dass im Unterricht konkret darüber gesprochen werden konnte. Im theoretischen Hintergrund haben wir dann unter anderem herausgearbeitet, was kognitive Aktivierung bedeutet. Die Forschungsfragen zielen dann ein bisschen präziser darauf ab, welches Aktivierungspotenzial lässt sich hier erschließen. Wir haben auch noch geschaut, ob es vielleicht in dieser längeren Zeit des Lockdowns irgendwann Unterschiede gab. Also Aufgaben, die ganz zu Beginn des Lockdowns eingesetzt wurden, im Vergleich zu Aufgaben, die ganz zum Ende des Lockdowns eingesetzt wurden, wo Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler Zeit hatten, sich auf diese neue Situation einzustellen. Als Methode hier wurde natürlich nicht mit Lernenden gearbeitet, deren Prozesse videoaufiert wurden, sondern es wurden Aufgaben eingesammelt und die mithilfe so eines Kategorien-Systems analysiert. Hier ein kleiner Auszug aus den Ergebnissen, diese zwei verschiedenen Zeitpunkte zu Beginn und zu Ende des Lockdowns. Wie verteilen sich da jeweils Aufgaben auf diese unterschiedlichen Kategorieausprägungen? Da hat sich dann insgesamt gezeigt, dass es wenig Entwicklung gab während der Lockdown-Zeit und dass Aufgaben insgesamt eher wenig kognitiv aktivierend waren. Soviel zum groben Aufbau, zur Struktur von Studienprojekten, Abschlussarbeiten oder generell empirischen Forschungsprojekten. Hier auf dem Kanal gibt es weitere Videos zu mathematikdidaktischen Themen und mathematischen Problemen. вопросы Pertöder,